schaffst du nicht und fast tot der holz hier schon mit mit seinem bomber und tot mich hat er natürlich getroffen er hat nur noch anderen getroffen sei froh drei leute war einer von denen schön aber der sani vielleicht hat er die ehre die muße die muße ja du fahr weiter hier mit deinem fahrzeug freunde freunde mal so leicht als man offen auf dem donnerbalken kann der mal weiterfahren hier wo bist du jetzt schon nach du bist im flugzeug der ist ausgestiegen ich habe ihn noch kaum getroffen meine güte bin ich wirklich so gut dass du jetzt schon mal aussteigen von mir was war das schützt zudem müssen wir macht das flugabwehr schützt schützt flugabwehr schützt dabei die ja da wollte ich gerade hin naja immer dahin die kommen von oben ja auch du fliebst hoch oder was ach so naja ich komme von oben vom berg ach gottes willen um gottes willen stationäre waffe beschädigt neun na das lohnt sich ja richtig mit dem ding hier ruf zu bolzen alter schwede wird ja der hund in der pfanne verrückt ich wusste es ich habe ich habe es gewusst dass der mich erwischt so ein bastard äh krass ey das läuft ja schon wieder das ist ja schon wieder oder start nach mars hier oh ich habe das flugzeug jawoll meine güte bin ich stark bin ich gut also das war wirklich jetzt so das war classic ich habe es nicht gesehen ich kann es dir leider nicht glauben ich bin einfach gelogen kann ich nicht kann ich nicht wenn ich es nicht gesehen habe man ja auch hier irgendwo hin zu fliegen du vogel du wirst doch selber nicht wo du hinfliegst die man mit den kamikaze manövern kann mir doch nicht erzählen dass sie selber noch wissen wo sie sind doch das sind die nächste opfer so hier habe ich doch eben schüsse gesehen aber gut schüsse gesehen nicht gehört gesehen ja die ist die salven die schuss salven die salven da jetzt bin ich ein bisschen zu weit aber jetzt bin ich jetzt habe ich vergessen zu ähm trainieren oah da muss ich doch intervenieren pfff schlecht pfff oh nein jetzt habe ich das flugzeug verpasst ich hasse mich ne hier ist es noch ja komm äh weil der flugmeister steigt da jetzt mit ein die runde läuft eh schon beschissen vor dir da ist einer ach ne wofür meinst du was ich schieße warte mal du hast keine chance den zu treffen hey ja mit deinem rotzding da nicht ne kannst du wirklich fest ich sehe hier gar nichts oah hier siehst du überhaupt nichts mehr ja pass auf orientier dich am Radar ich weiß nicht wo ich hinfliege ja ach ne oooh nein da fliege ich einmal mit dir mit da siehst du überhaupt nichts was denn das war aber vorher noch nicht der Nebel das ist das ist ja so krass da du nein da nicht da hinten nicht so oh hier ist wieder der sniper hier der Bastard ey der liegt wieder da hinten auf irgendeinem Hügel ach Leute ey schlöse schlöse ja hallo wir haben einsetzt 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 ey krass das ist wieder eine runde hier ey da kannst du nur ausrasten 2 zu 3 ey du hast ja auch schon in Köln oh nein läuft der auch bedenkt ja naja aber ich bin doch im Flugzeug ich habe jetzt hier auch noch eine Ausrede boah wir haben einsatzziel Cäsar erobert sergente abbiamo degli ordini ich weiß nicht warum denn Fahrzeug zerstört immerhin aber wieder ist er frühzeitig rausgesprungen geh weg man ich will nicht ich will mich reparieren ich kann mich nicht reparieren ich bin raus und ich bin tot ich bin auch so dumm ey wie hat er denn das geschafft also so ein Viehfotzfick ey ich spawne jetzt da und ich mache jetzt einen Fußsoldat das wird da jedem schwer mit ihm fliegen jetzt haben sie sich auf meine Flugkünste eingeschossen ach du scheiße da kommt ein Panzer und ich leg mich dann auf da vorne hin geil ich bin so super ah ok das warte da warte ich nicht mehr jetzt hier geh mal jetzt zu C hab ich denn endlich die Kills hier alle jetzt die ich brauche fünf Stück noch meine Fresse ey du bist der Befehlsgeber ja warte dann das ist eine Fotze ey ich nehme jetzt einen Stomsoldat ne all Stomi Befehle hier und das ist hier nächstes D voll der die Pickel hier nach Befehlen ja nicht ohne ich weiß ja eigentlich was er sonst machen soll ich weiß dass er nicht ruhig denn laufen soll ja aber D naja dann müssen wir hier hoch jetzt hier rechts wir können ja auch hier lang kann ja auch erstmal zu B gehen oh da ist hier ne abgesprungen da oben da kommen sie auch schon da hab ich natürlich mit der mit der Automatico da kann ich eigentlich gleich kannst du die Pistole wechseln mhm ach man leck mich doch oh ja ich renne jetzt hier durch oh Gott da kommt ein Panzer da hinten bei dir bei denen da hier kommt ja nischt naja doch hier kommt ja nischt guck mal hier drauf ja also ich sie kein Panzer und ich lobe hier schon die ganze Zeit rum naja dann warte mal ab der wird sich gleich töten naja gut dann bin ich ja der Freude ganz da auch heute schon mal ich geh jetzt zu B hier man du Fotzenfotzer na soll ich doch nee das war kein Panzer boah seitdem der schießt mit einer ähm bar bar man wer schießt denn jetzt schon wieder jetzt musst du ja nachladen Hure ja mhm schön geil aber der Panzer war von uns die ganze Zeit hier den du gesehen hast wahrscheinlich den meinte ich auch nicht ich hab auf dem Gegnerischen gezielt da stand ja als ich Punkte äh abgezogen achso abgezwirbelt ja und tot wer hat denn aha das Flugzeug trifft nur mich natürlich klar ich bin der Einzelne der hier auf dem Hügel steht er lebt mich wieder scheiß Sanitäter ne mach da natürlich nicht dann geht der lieber drauf äh gut von mir aus ich steck hier aus dann geht der halt drauf sag mal ich steck hier mit ein und spielen ich geh zu B hier in dem Bunker warum stimmt der nicht sag mal bin ich dahin oder was warum sterben die denn hier alle nicht sag mal das ist euer Ernst oder was ne er kommt nicht hier hoch er kommt nicht hier hoch und gleich bin ich wieder tot weil er nicht hier hoch kommt muss ich mal so ein Klettertutorial machen ja jetzt endlich bist du mal gestorben ja 108 Feind getroffen krass trotzdem wenn der Feind lebt natürlich noch wohlgemerkt mit 108 Chance der hat 110 Leben muss mich mal anders hinsetzen also bei B brauchst du gar nicht erst auftreten da ist äh Todes dann leg mal zu C da ist Todes Hotel wieder mein Glück bei B ist auf jeden Fall ein Panzer bei C ist ein Panzer Bonanza Panzer ich hoffe du schießt grad auf mich mhm klar ja jetzt ja platin ja gut wo gehen wir hin B B und wir haben Einsatz ziel Albert erobert A haben wir C haben wir Krallmanns B da oben da läuft schon wieder inner naja da sind schon wieder die ganzen hohen wo hier war der da liegt er komm hier rin naja naja jetzt wär ich fast nur drauf gegangen ey naja ich geh drauf wer auch immer mich da abknallt von wo auch immer ich lauf fünf Meter hinter dir mir wird in den Rücken geschossen ach komm ey was für eine Drecksrunde jetzt wiss ich wieder mit Montegrappa eigentlich doch nicht eigentlich doch nicht so doll finden naja da erinnert man sich wieder dran naja 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 werfe aber auch eine Pisse hier schon was ist meine Gasgranate bleibt da irgendwie in der Eisenkante stecken oder was soll denn das schon wieder wir sind welcher ja ja dann tötet die mich schon die sind hier oben überall mach du scheiße ey ich husch hier wieder rin und weg hier die schießen immer an den Eingang darin dann bist du sofort tot wenn die darin schießen ey ach man ey leck mich und tot den hat sie aber weggefetzt ach herrlich 6 zu 9 das wird mal wieder eine Negativrunde seit langem wunderbar ach quatsch Annick will auch endlich die Waffe wechseln die Automatico ist doch ein Rotz hier auf der dann mach deine scheiß Kids und dann ist gut ja wie viel sind es denn noch 3 noch naja jetzt noch noch 3 ja nun spawn hier bei ihm warum liege ich denn hier du war ich liege man schon wieder den Kill geklaut ja aber den brauche ich ich warte jetzt achso ne oh jetzt nämlich hier die Arschmannshausen Klasse ja Sturmsoldat ne ja hier die Winder verursachen super 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 was denn da los oh ich renne genau rein mit dem Bayonett an gefährlich ehrlich bei B nehmen sie alles wieder zurück die ganze Arbeit war völlig umsonst ne 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 wo sind die denn ne kicken wir hier den Eingang einsatz ne ja von dem von dem ja na klar genau der kommt in den in den Bunker rein gerannt mit dem Bayonett angriff genau auf mich zu rennt einfach blind rein krass und mich spießt da auf also jetzt reicht's mir langsam schon wieder also das ja die klasse diese special klasse kann sich ja absolut nicht werden wenn man gerade nachlädt da sind jetzt vier leute denn die kommen durch meinen Nachnamen weil ich total hilflos den ausgeliefert ja da kam einfach in aller Seelen Ruhe auf mich zu gelaufen und hat mich im Messer von vorne da jinge denn auch gleich beim ersten Mal komischerweise dass er mich erschaufeln konnte ja die brauchen ja auch immer drei Stunden um nachzuladen na schön hier läuft nicht mal mehr die Bunker Kämpfe laufen hier das war ja immer noch das wo man noch punkten konnte ey die laufen gleich wieder rutscht der denn hier runter und hier ist ein Panzer hier oder was wer hat mich denn jetzt hier getroffen und mich verarschen ach man Sniper schon die rein die runter also das verstehe ich nicht die sind ja alle besser die Waffen das ist so krass jetzt sind wieder die ganzen nerds hier kommen sie wieder raus was für Waffen die neuen keine Ahnung ich weiß nicht ich glaube die neuen sind ein bisschen zu stark teilweise so mein Eindruck bei diesen riesengeschichten ja komm man hier oben sind aber auch alle ey wir haben auch wieder das nuttigste Team von allen abgegriffen Alter da kannst du auch nichts ausrichten da kannst du auch nichts ausrichten wenn dein Team spielt wie wie aus Noobstadt hier man das wird hier eine schwere ähm Kiste Geburt ja ja wenn es zielig wird wenn es wieder von der Gegenseite übern hauchen du nutte ja hier kann man sich wieder nur verschlägen ja endlich hab ich mal was hier ja ja ich bist so gerne aber was ich hätte besnipert auch da hockt er natürlich in seinem scheiß aha sie hab ich nicht mal mit der Automatiko geschafft obwohl ich übel so viel eingehaut ja das Perino Ding ist total krass überpowert Perino ja stimmt also ich hab den vorher schon anvisiert und auf volle Pulle getroffen wenn man nicht die ganze Zeit immer campen würde sondern sich immer ein bisschen bewegen würde würde das auch alles anders aussehen so mp18 Visier die noch rennen boah jetzt knaut schon wieder so die der Ton gerade eben das passiert aber auch sehr oft jetzt ja und das war ein Splittergranate und tot bei mir nicht und bei mir letzter Zeit ziemlich häufig dass der Ton sich extrem verzerrt da unten stehen sie ja alle man knallt den da ab der läuft da 5 Minuten über das Freifeld uuh geht ruf sehr gut pass hast du den getötet da? ja nicht? oh scheiße wo ist denn der hin? kannst du machen was du willst hier wo ist denn unser Team ey? hier ist niemand kommt schon wieder vier Leute von denen ey krass ja du hast hier nur noch Hansel im Team ey haltet auch ey brauchst ja nur auf die Level Dinger gucken alter das ist ja auch schon wieder so unbalanced hier krass ich bin ja schon mit der schwächste wahrscheinlich mit 89 ja Stufe 10 hm 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 wir haben einsatz zu austrianische rinien bist du bescheuert? schießt doch nicht auf deinen eigenen du dumme Futze oh dann sind auch die Witzbeule bei dir auf ihre eigenen Leute schießen während hier drum Krieg ist ohne Ende aha was war denn mit schon wieder? ja klar natürlich erwischt du mich ja 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 und tot obwohl ich schon hinter der Mauer war scheiße hier und natürlich der lebt und der lebt Wiederbelebung mal toll hat er tatsächlich auch geschafft und direkt in die Flamme gerannt und super und gleich tot mhm krass wir haben einsatz zu Cäsar verloren ja bei C sind sie alle mann der denn hier mann verpasst sich hin oh Gott wie hat er denn die Handgranate da so um die Ecke also dass die abprallt ja aber so weit nach hinten ja ja beruhig dich mal ja ich bin natürlich direkt ab nämlich hoch expone bei dir und werd sofort abgeknallt ey krass was sind denn diese Ellenbios haben sie so krass gebufft die sind so stark krass das kostet einfach nicht pro team match strengt euch immer ein bisschen an naja gut sowieso schon wieder verloren oh sniper bastard viel ja toll ganz große klasse ey ich seh ihn einfach nicht keine ahnung woher wies er denn dass ich hier bin krass das ist nicht gerade euer ernst hier oder was was da mal jetzt noch oder was wo sind das sind also das ist doch wohl ein schlechter witzig schießt die ganze zeit mit dem panzer auf den ruf der hat nur einen lebenspunkt den habe ich bestimmt sieben oder acht mal gerade getroffen ach ja also manchmal zweifel ein bisschen in diesem spiel hier ein bisschen gewartet soll waren die darin hier wartet doch hier vorne nicht einfach nur die kann da unten schweren wenn ihr so scheiße spielt 184 getroffen krass schaden nochmal oh ja ein paar ganz erwischt ja ja er redet mich genau oh man ne mh 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 Der lässt einmal Granaten auf mich fallen, ich bin so froh. Kommen die da unten schon wieder, ey? Krass, ey. Krass, 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 krass. Krass, 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 krass. Was ist denn hier ein scheiß Panzer, oder was? Ah, mal hin, ey. Den mal getrunken. Kommt der natürlich mit seiner Villa Perro, sagt er, der super. Gar. Gironet, auch gefühlt wieder Jahre. Immer die, immer die die Scheiße laufen. Wir haben Einsatz 10, Cäsar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, ich bin noch mal getroffen. Endlich. Also hier würde ich jetzt aufhören, wenn jetzt vier Schatten des Giganten kommen würde. Nein, ne, Leute stimmen tatsächlich dafür. Drei Leute, immerhin. Vier. Dann denke ich auch mal wieder einen Boost anmachen, war. Schon lange nicht mehr. Ist ja auch eine großartige Runde. Na ja, immerhin hat es für ein Battle Pack noch gereicht. Ja, bei mir auch. Und noch positiv geworden? Oh. Du noch gerade so und ich bin immerhin noch ausgeglichen. Na ja. Ei, ei, ei. 22, 21, oh, oh, Scheiße. Schiss. 56 zu 9, damit ist ja alles schon gesagt, ja. Hau da.